Hallo meine Lieben, ich habe euch Teil 1 vorgestellt, jetzt folgt Teil 2. Was verschenke ich noch im Shop? Beziehungsweise was kann man im Moment noch geschenkt bekommen? Wie gesagt, ich habe noch ein Kass-Radio-Gummi, hatte ich eben beim Einräumen gesehen. Und es gibt auch hier von Big so Klebestifte. Das ist ganz gut für die Schule. 8 Gramm, passt ganz gut. Sind heutzutage alle so teuer, die Artikel. Wie gesagt, ihr seht jetzt schon. Moment, ich muss mal ein bisschen raschel, raschel, raschel. Ein paar Kugelschreiber, die dürfen auch nicht fehlen. So, wer kennt sie noch, wer hat sie noch nicht? Die hatte ich früher als Kind. Push-Up-Pensils, oder wie sie heißen. Guck mal, kennt ihr sie noch? Warte, hier mal im Blau. Mit dem Radiergummi. Total geil. Habe ich als Kind mitgeschrieben. Guck. Fleischstift raus, Fleischstift rein, neue Mine, beziehungsweise andere. Die gibt es natürlich in schöne, viele, viele schöne verschiedene Farben. Grün, Orange, Rosa, Pink und Blau. Gibt es natürlich auch. Ich habe hier noch bestimmt zehn Stück liegen. Und ja, Teil 3 voll. Ich habe noch was Schönes.